Meine Damen und Herren, sehen Sie nun den amerikanischen Stinklangweiligen Schinken vom Winde verweht mit Klaggabel und Vivian Löffel. Gabi, das war schon sehr schön, aber kannst du es nicht ein bisschen freundlicher sagen? Meine Damen und Herren, sehen Sie nun den amerikanischen Spielfilm vom Winde verweht mit Klaggabel. Gabi, der Mann heißt Gebel, nicht Gabel. Sehen Sie nun den amerikanischen Spielfilm von der Gabel geweht. Gabi, Gabi, Gabel. Sehen Sie nun den amerikanischen Spülfilm Der große Apfel. Gabi, bitte. Ja, ja. Sehen Sie nun Clark Gabel. Gabel, amerikanisch. Clark Gable und Vivian Löffel in From Winde verweht. Nicht zu amerikanisch. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren. Wie war ich? Ein neuer Kameramann, bitte.